Das ging aber schnell. Vor wenigen Monaten war es noch richtig ernst zwischen den Selling Sunset-Stars Jason Oppenheim und Chrishell Stores. Jetzt ist der Netflix-Star wieder in einer Beziehung und spricht sogar schon von einer Hochzeit. Mit dem deutschen Model Marie-Lou Nürk ist Jason seit kurzem super glücklich und erklärt jetzt gegenüber People, Ich stehe der Idee der Ehe gerade offener gegenüber als der Idee Vater zu sein. Ich finde es schön, keinen Druck zu haben und auch keine Kinder mit Lou haben zu müssen. Für uns macht das einfach Sinn. Wir erinnern uns, die Beziehung von Jason und Chrishell zerbrach, da sie sich Nachwuchs wünschte, der Immobilien-Mogul allerdings nicht. Dass mit Marie-Lou jetzt alles so schnell geht, überrascht Jason selbst. Schließlich erklärt er, habe er nicht damit gerechnet, sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auf eine neue Liebe einlassen zu können. Marie-Lou Nürk wird sogar bei Selling Sunset zu sehen sein und sie und Chrishell haben sich auch schon kennengelernt. Er erfahre für seine neue Beziehung super viel Unterstützung von seiner Ex, die außerdem seine Angestellte ist. Ob es da wohl trotzdem irgendwann Drama geben wird? Er erfahre für seineakelern. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.